Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Honeypop. Ich wollte mal wieder zu Niki. An den Strand? Yes, ich gehe an den Strand. Tschüss. Hey, ich bin einfach hier. Aber ich muss mal kurz auf mein Handy starren. Ich habe zwei neue bekommen. I caught you staring at my butt, by the way. Um, nope. I thought maybe I'd like a closer look. You'd like a closer look. Oops, did I get something else in there too? Mo, 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 mo. Was ist, oh mein Gott, was ist. Das musste ich jetzt zensieren. Darf ich das nochmal sehen? Ich sehe Boops. Ich sehe Nippels. Bin ich völlig weg. Ich bin hin und weg. Ich muss es leider zensieren für euch. Mensch. Audrey, was willst du denn? Haha, I got so much free shit from this other loser that's trying to get it in. And then I send him home alone. What a pussy wiped bitch. Wieso gibt es ein Foto davon? Was heißt das nur für eine Frisur? Deine Haarfarbe, deine Haare. Wer bist du? Warum fotografierst du andere Frauen? Das ist nicht Audrey. Egal. Whatever. Zensierte Boops für euch. Und zensierte Boops für mich. Hi. Ähm, ich wollte dich fragen, ob wir miteinander... Da ist jetzt ein Herz dran? Du kriegst Pencils von mir. Und ein Gameboy. Du kriegst Cotton Candy und Cupcakes. Für gleich. Den kannst du jetzt schon haben. Hier. Ach, du kannst es dir erlauben. Sieh dich an. Du bist ein Hungerhaken. Ich habe gerade ein Gift bekommen. A one of a kind gift for a nerdy girl. Hier. Ich habe das Gefühl, du bist in den falschen Game Stores. So, dann nehme ich die noch mit. Dann kann ich dich gleich noch weiter mästen. Lovely Gift Box. Present from Sky Garden. What could it be? Open it up and see what's inside. Click to open this present. Aha. Increase the amount of Flirtation Tokens that fall by 50%. for the remainder of the day. Date. Okay. Cool. Muss ich das irgendwie speziell benutzen? Nö, ne? Habe ich gleich wahrscheinlich einfach. Äh, was wollte ich noch machen? Ach so, Nikis Profile. Ich wollte mal kurz gucken. Ich habe bei ihr wieder was Neues gekriegt. Nämlich das neue Haar-Outfit. Wieso kann ich hier kein Outfit setten? Kann ich nicht. Macht nichts. Du kriegst aber dein Casual. Wieder. Was habe ich noch? Fotos? Alles klar. Ist cool. Ähm. Komm. Sprechen wir miteinander. Gaming natürlich. Da verstehen wir uns. Was noch? Wie wäre es, wenn ich dich mal wieder Sachen fragen darf? Du wägst, äh, 1 of 4. Nein. Nein. Warte, nein. Das ist alles. Mann, jedes Mal, wenn du die Nope sagst, denke ich habe es wirklich falsch gemacht. Kriege aber Punkte dafür. Ich bin jedes Mal wieder irritiert. Das ist ein bisschen eine stupide Frage, aber ich glaube, ich werde es auch immer fragen. Wie lange macht es? Wie lange macht es? Wie lange macht es, wenn du eine Frau warten kannst, nachdem du ihre Nummer zu bekommen hast? Sofort. Sofort. Siehst du, das ist wie es sich gemacht hat. Inzüglich dieser Bullshit-Game-Player. Ja, 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 ja. Ist es cool, wenn ich dir etwas fragen werde? Ich bin introvertiert. Ne, Quatsch. Ich bin irgendwo dazwischen. Bin ich eigentlich eher konservativ oder scheiß drauf? Scheiß hier. Oh, ich bin... Oh, ja, ja, ich bullshitte dich. Hey, ähm, date? Okay, ich glaube, das ist okay. Ich meine, wenn du wirklich willst, dann... Ja. Ich möchte dich nicht mehr im Bikini sehen, sondern, ähm... Auf dem Tennisplatz? Ich bin auch so scheiße im Tennis. Hm, ich liebe virtuelles Tennis, aber ich habe es nicht mehr im actualen Spiel. Wie wäre es, wenn wir einfach... Wir können doch einfach virtuelles Tennis spielen. Ich habe da schöne NES-Spieler. Gut, whatever. Jetzt sind wir hier. Machen wir das Beste draus, was... Übrigens hier gar nicht mein zweites Geschenk hätte ich das irgendwie einstellen sollen. Schade. Kann ich nicht machen. Keine Ahnung. Egal. Egal jetzt. Es gibt nur 20, das war wenig. Ich hätte gerne mehr gehabt. Äh, 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 äh... Ich bin viel zu konzentriert bei diesem Spiel. Ich sehe gerade leider nicht viel. Leider zu wenig. Also ich hätte gerne jetzt noch diesen hier irgendwo, irgendwo da so. Das wäre schön. Dann kann ich richtig was rausballern. Aber so setze ich alle ein wenig runter. Äh, äh, äh... Nein! Drop that shit! Was habe ich mir denn dabei gedacht? Das war ja richtig dumm. Ich fühle mich richtig scheiße jetzt. Fuck! I Äh, äh... Nee. Doch. Ist okay. Kriege ich den vielleicht gerade noch um eins auf oben versetzt? Die sehe ich so nicht. Dann nehme ich einfach die vier. Bevor ich die wieder auseinandernehme. Hm. Wollen wir uns mal hier zwei extra zügeln? Die sehe ich gerne da. Oder weiter oben. Oder so. Oh. Das sieht auf einmal plötzlich wieder gut aus. Ich glaube, Kombos sind doch nicht so verkehrt. Ich muss nur aufpassen, dass ich die schon wieder scheiße baue. Ich meine, ich habe noch acht Moves. Da kann eigentlich fast nichts schief gehen. Die Betonung liegt hier auf fast. Da kann ich noch so ein extra Moves eben ganz züchten. Ich bin schon voll in dem Theme drin. Ich möchte eigentlich auch noch mein, 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 mein Passion-Level hier. Ja, gut. Ähm, das ist sehr schön von dir. Yes. So, dann muss ich aber jetzt auch langsam. Moment, ich habe ja eigentlich eben die blaue Kante. Irgendwie mein Passion-Level noch ein bisschen. Ein bisschen erhöht. So. Jetzt nicht mehr. Ja, komm, dann machen wir den Kasten dicht, bevor wir Scheiße bauen. Kein Ding. Es tust du andauernd. Wir haben voll schön Tennis gespielt. Ab an den Strand mit uns. Yuppie-Outfit? Ich meine, das wird das Tennis-Outfit sein, aber... Achso, ich bin am Strand. Kann ich gar nicht machen. Dann halt nicht. Macht nix. Jetzt muss ich was essen. Natürlich nicht. Kann ich dir eigentlich noch was Gutes tun? Zum Beispiel... Ein Tank-Level? Und noch mehr Herzen? Sweet. Yes. Das hier kriegst du auch noch. Doch, doch. So. Ja, frag mal. Ja. Was war denn das nochmal? Das war doch der Mai, ne? Der 13. Aber warum sollte der 13. Mai ein easy-to-remember-Date sein? Ja, frag doch mal. Oh, scheiße. Ich wollte irgendwas dazwischen, ne? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Du wiederholst deine Frage übrigens. Ich will dich über etwas, was wir vorhin gesprochen haben. Ja. C. Doch. Wow. Und wie viel willst du eigentlich noch essen? Ich hab jetzt nix mehr. Ich glaub, das ist komplett ausverkauft für heute. Mädel, du bist voll. Und ich werde gehen. Das war sehr nett mit dir. Ich geh jetzt zu... Ach komm, ich geh zu Audrey. See ya. Ciao. Oh, ich hab was von Niki gekriegt. I don't know. I just felt like sending this to you. Like I like you and stuff. Is it sexy? I don't know. I hope you like it. Oh, oh, oh. Komm, wir gucken da jetzt rein. Wow. Wow, was ist mit dir los? Warum? Zum Henker. Hast du Schmetterlinge an der Wand? Unglaublich. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was du da machst. So, Audrey, ich bin wieder voll für dich da. Hast du... Hast du auch Geburtstag? Okay. Ähm. Hast du... ...ne Season, die du bevorzugst? Ja, da hast du sogar recht. Meine Meinung nach. Oh, oh, nee. Das ist man doch dumm hier. Waste of money und so. Boah, du bist so dumm. Ich möchte mit dir auf ein Date gehen, aber du hast nichts mehr zu essen. Hier, friss... Friss, liebe Mohnen. Ich habe Zeit. Okay. Wenn ich mit dir rausgehe, will ich mich stoppen, zu beurteilen? Pff. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann nichts versprechen. Ich kann nur versprechen, dass ich vielleicht das Spiel beenden muss, weil ich... ...zu Abo fahren muss. G-Gay. What? Das war ganz schön homophob von dir. So, schieben wir mal ein paar Sachen in die Gegend. Ganz easy. Kein Problem. Das mache ich ganz locker. Weil ich brauche ja nur 505. Oh, das war jetzt unklug. Nein, das war sogar noch unklüger. Okay. Nice. Schade, geht gar nicht. Geht ja gar nicht so. Schade, ich hätte hier gerne die Fünferkette. Oder die 2x3er-Kette. Nehme ich den hier. Fang! Und bevor Scheiße passiert, kriegst du nochmal den hier. Ich habe nämlich nur noch zwei Moves, sehe ich gerade. Ich habe so random durch die Gegend geschoben, dass ich gar nicht drauf geachtet habe. Ähm. Und jetzt hätte ich ja sogar wieder reelle Chancen, irgendwie zu gewinnen. Vielleicht aber auch nicht. Ah, komm schon wegen 20 Punkten. Oh. Ach, halt auf die Klappe. Du hast meine Zeit auch verschwendet. So. Einmal quatschen hier. Du? Bist eine... Du bist noch... Du arbeitest doch nicht. Studentin. Was? Ein Klappe? Ah. Geht an mich später. Tschüss. Hey, Moment. Eigentlich wollte ich beenden. Oh. Neid am Campus? Ähm. Hi. Hi. Ich beende die Folge, weil ich... Weil ich wirklich weg muss. Ah, ich komme von diesem Spiel nicht weg. Ah. Aber ich spiele irgendwann weiter. Ich danke euch fürs Zusehen bis hierhin. Und, äh, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt Honeypop. Also dann, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.